Jungs sind Arschlöcher und ich würde niemals auf so eine Arschlöcher einlassen und ich würde euch raten, seht euch immer den perfekten Junge und lasst euch immer nicht so verarschen von dem, seid kein Diener oder sonst was und lasst euch einfach nicht beleidigen, weil so eine Jungs sind einfach nur behindert, weil sowas wie euch hübsche Frauen oder Mädchen braucht so eine Arschlöcher nicht. Ich habe auch einen Jungen und der ist jetzt gegangen, fand sich einfach nicht schön und lasst euch einfach nicht einatmen, ok? Ich habe mich schon hinter mir und das ist sehr blöd, dass ich ihn verloren habe als Freund oder so, ich weiß nicht, ob wir jetzt Freunde sind und ja, hoffentlich ihr versteht, was ich meine und einfach nicht auf so eine Jungs einlassen. Ähm, ja, nicht wundert, ich bin das erste Mal auf Youtube, weil ich war noch nie sowas und ähm, ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bye! 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 Vielen Dank.